In der Pferdeklinik an der Rennbahn in Ifitzheim kümmert sich ein eingespieltes, motiviertes Team um das Wohlergehen ihres Pferdes. Das Know-how aller Mitarbeiter ermöglicht stets, auf dem neuesten Stand der Medizin zu sein. Alle Mitarbeiter wurden in verschiedenen Spezialgebieten ausgebildet. Deshalb wird ihnen ein größtmögliches Spektrum an moderner Diagnostik und Therapie in der Pferdemedizin geboten. Die Leistungen erstrecken sich von der Orthopädie, Chirurgie, Innerenmedizin und bildgebende Diagnostik bis hin zur Augen- und Zahnheilkunde, Intensiv- und Notfallmedizin, Gynäkologie und Anthrologie. Die Pferdeklinik bietet ihnen eine umfangreiche Beratung, professionelle Unterstützung und Behandlung von verschiedensten Zahnerkrankungen einschließlich der Prophylaxe. Neben der klinischen Untersuchung verfügt die Pferdeklinik über höchst moderne Untersuchungsverfahren wie Computertomographie, digitales Röntgen, hochauflösender Ultraschall und Sintigraphie. Verbunden durch die Liebe zu Pferden und dem Ziel, eine ebenso angemessene wie individuelle Betreuung zu gewährleisten, werden die gesundheitlichen Probleme ihres Tieres mit höchstem Engagement behandelt. Chirurgische Eingriffe beim Pferd gehören zum Routinengeschehen der Klinik. Diese verfügt über einen modernen, großzügig ausgestatteten OP-Bereich, welcher ermöglicht, nach dem neuesten veterinärmedizinischen Standards zu agieren. Erfahrene Anästhesisten überwachen die Patienten vor und während der Vollnarkose sowie der Aufwachfaser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden ihres Tieres an erster Stelle.